wenn ich mich auf eine sache festlegen müsste die ich bei unserem neu zuwachs am aller aller besten finde dann dass sie das hier total geil und guck mal wenn man aufhört dann passiert das ja ich mache ja weiter tut mir leid ich mache ja weiter entschuldigung wie kann ich nur